hallo liebe leute wir sind hier in der frieden pfade und wir haben jetzt noch den nächsten littlitzschrank gefunden und zwar unsere nummer 22 die befindet sich direkt hier oberhalb wenn ihr jetzt von dem eroberten dorf nostrava einfach hier hoch lauft und euch immer rechtzeitig kommt ihr direkt darauf zu und hier in der ecke ist er ich bedanke mich fürs zuschauen wir sehen uns im nächsten video liebe leute ciao